Schichtwechsel, der Asklepios Podcast. Mit diesem Fachgebiet sind häufig Unwissenheit und viele Ängste verbunden. Die Palliativmedizin ist ein Feld, mit dem sich Patientinnen und Patienten, Angehörige und selbst viele Medizinerinnen und Mediziner nur ungern auseinandersetzen. Palliativstation, da sterbe man, heißt es. Aber entspricht dieses Bild auch der Realität? Ist die Palliativstation im Krankenhaus Kosmos zwangsläufig die allerletzte Station? Was sind die Aufgaben der Palliativmedizin und Pflege? Und warum wird dieses medizinische Fachgebiet in der öffentlichen Wahrnehmung fast genauso tabuisiert wie der Tod selbst? Mein Name ist Janina Dahm, ich bin bei Asklepios zuständig für den Bereich Corporate Publishing und ich habe mit zwei Menschen gesprochen, die Antworten auf diese Fragen kennen. Janett Peters ist stellvertretende Stationsleitung auf der Palliativstation an der Asklepios Klinik Hamburg-Saint-Georg. Und Dr. Markus Faust fungiert als Chefarzt der Abteilung für Palliativmedizin. Seit Jahren begleiten sie schwerkranke Patientinnen und Patienten, so auch einen älteren Herren, dessen Geschichte wir im Rahmen dieser Folge kennenlernen werden und der durch die besondere Arbeit auf der Palliativstation in St. Georg eine überraschende Entwicklung macht. Herr Dr. Faust, Palliativmedizin wird ja in der Öffentlichkeit häufig auch mit Sterbebegleitung gleichgesetzt. Ist das so zutreffend und eine richtige Wahrnehmung? Es ist leider tatsächlich so, dass es in der Öffentlichkeit häufig gleichgesetzt wird. Hospiz, Palliativ, Sterbebegleitung, das ist alles eins und fokussiert sich vor allen Dingen auf das Sterben und auf den Tod. Das ist aber definitiv nicht so und es gibt tatsächlich Unterschiede in der reinen praktischen Versorgung und Behandlung zwischen Hospiz und Palliativversorgung. Und ein Punkt, an dem wir sehr arbeiten durch jede Möglichkeit der Aufklärung und Information, ist eben die Palliativmedizin wesentlich früher schon zu den Patienten und letzten Endes natürlich auch zu den Angehörigen kommen zu lassen. Denn es geht um weit mehr als die Sterbebegleitung. Aber die Sterbebegleitung ist schon ein zentrales Feld der Palliativmedizin, oder? Das ist ein großer Anteil und 50 Prozent der Patienten, die wir bei uns auf der Station haben, versterben auch bei uns. Das heißt, das ist natürlich schon ein wesentlicher Anteil. Aber wir versorgen eben auch Patienten, die wir dann, das sind die anderen 50 Prozent, wieder entlassen. Sei es jetzt nach Hause oder in der Pflegeeinrichtung oder in den Hospiz. Und inhaltlich sind da eben auch sehr große Unterschiede und das macht den gesamten Bereich so wahnsinnig spannend und abwechslungsreich. Denn ja, das Lebensende spielt eine große Rolle und die Sterbebegleitung, aber eben auch sehr viel früher und das können durchaus auch Jahre früher sein, die wir Patienten palliativ behandeln und behandeln möchten und damit ganz anderen Themen zu tun haben. Das heißt, es geht um Diagnostik, es geht um eine sehr differenzierte Auswahl der Therapie. Das heißt, was ist wirklich mit einem Vorteil für den Patienten verbunden? Was bringt womöglich gar keinen Vorteil hinsichtlich Symptomlinderung oder auch einer längeren Lebenszeit? Und das ist häufig im medizinischen Bereich wesentlich komplexer als in vielen anderen Bereichen, weil man gar nicht so standardisiert sagen kann, so wir machen jetzt jeden Montag und jeden Mittwoch ein Labor und jeden Donnerstag wird dies und jenes gemacht. Sondern es ist immer wieder eine individuelle Entscheidung und jeden Tag wird die Situation neu bewertet und das ist eben etwas, was sich von der reinen Sterbebegleitung sehr unterscheidet. Was für Patientinnen und Patienten sind das, die zu Ihnen kommen? Mit welchen Erkrankungen kommen die auch? Also klassischerweise wird die Palliativmedizin oder Palliativversorgung immer mit den Tumorerkrankungen, mit den onkologischen Patienten in Verbindung gebracht. Ja, das ist natürlich auch so und der Großteil der Patienten kommt auch aus diesem Feld der bösartigen Tumorerkrankungen. Aber mitnichten sind das die einzigen und es gibt eigentlich gar keine oder für mich zumindest fast keine Ausschlusskriterien. Das heißt, ein weiterer großer Teil sind die internistischen Patientenerkrankungen, wie zum Beispiel eine weit fortgeschrittene Herzinsuffizienz, fortgeschrittene COPD, schwere Leberinsuffizienz oder Leberschädigung. Patienten mit Erkrankungen aus dem neurologischen Bereich bis hin letzten Endes zu Bereichen der Psychiatrie und auch aus dem plastisch-chirurgischen Bereich haben wir zum Beispiel Patienten übernommen. Selbst die Kollegen rufen uns dann an und sind etwas verunsichert. Am Anfang mal noch mit einer kleinen Hemmung, stellen den Patienten dann vor und es hat sich bis jetzt jedes Mal herausgestellt, dass diese Anfrage komplett richtig war. Es ist aber nicht der klassische Patient, sondern es sind dann vielleicht schwerste Hautreaktionen, schwerste Wunden, die letztendlich irgendwann wahrscheinlich, und jetzt sage ich auch bewusst wahrscheinlich, zum Tode führen. Die Patienten bringen eine hohe Symptomlast mit, schwere Schmerzen zum Beispiel, und bedürfen einfach einer umfassenden Behandlung und Versorgung. Und die können wir im palliativen Setting dann bieten. Okay. Das führt uns unweigerlich auch zum Thema Palliativpflege. Janett, du bist stellvertretende Stationsleitung in St. Georg. Was genau umfasst deine und eure Arbeit? Ja, erstmal schönen Dank, dass ich hier sein darf. Und ja, unsere Aufgaben sind sehr vielfältig tatsächlich und unterscheiden sich von anderen Stationen in dem Sinne, dass wir nicht nach Standards arbeiten, sondern sehr individuell mit den Patienten arbeiten, was die Patienten eben auch mitbringen und was die Wünsche der Patienten sind. Dass wir da eben auch sehr schön darauf eingehen können. Und inwiefern unterscheidet sich die Palliativpflege im Krankenhaus von jedem Hospiz? Also im Grunde genommen gar nicht so viel, abgesehen davon, dass wir natürlich noch viel mehr möglich machen bei uns. Bei uns kommen die Patienten in einer Akutsituation an. Das heißt, dass wir eben auch die Schmerzeinstellung noch mal vornehmen und dann eben auch bei anderen, bei einer anderen Symptomlast gucken. Bei uns werden noch Blutkonserven gegeben, andere begleitende Maßnahmen gemacht, die im Hospiz eben nicht mehr erfolgen und so, dass die Patienten stabil dann ins Hospiz dann übergeleitet werden können. Stichwort viel möglich machen. Herr Dr. Faust, auf Ihrer Station wirkt ein sogenanntes multiprofessionelles Team und Sie bieten unter anderem Kunst-, Musik-, Entspannungstherapie sowie Aromapflege an und laden, wie ich im Vorgespräch erfahren habe, auf Wunsch ja sogar einen Besuchshund an, der einen ganz besonderen Zugang zu vielen Patientinnen und Patienten hat. Könnte man sagen, es steckt viel mehr Leben auf Ihrer Station als vielleicht auch in vielen anderen Klinikbereichen? Ja, das ist richtig. Also zum einen ist auch hier die Wahrnehmung häufig eine falsche. Es wird weniger Leben erwartet. Vielleicht bieten wir aber gerade aufgrund eben der Situation, in der sich die Patientinnen und Patienten bei uns befinden, noch mal bewusst auch einen Gegenpol zu diesem Sterben. Und es geht eben auch um das Leben und es geht um die Lebensqualität. Und da spielen natürlich die Therapiebereiche, die Sie jetzt angesprochen haben, eine große Rolle. Es spielt auch wieder mit rein, dass es um das Individuelle geht. Das heißt, es gibt Patientinnen und Patienten, die haben Interesse an der Musiktherapie, können aber mit einer Kunsttherapie nichts anfangen. Genauso mit der Physiotherapie, physikalische Therapie. Das sind viele Maßnahmen. Die meisten werden auch von den meisten Patienten wiederum gerne angenommen. Aber beim Besuchshund ist es so, dass der eine sich darauf freut und der andere sagt, bloß kein Hund. Wir möchten natürlich jedem in irgendeiner Form entgegenkommen, jeden unterstützen und auch auf seinen Weg nicht nur begleiten, sondern voranbringen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da ein vielfältiges Angebot haben. Was entnehmen Sie denn den Gesprächen mit Ihren Patientinnen und Patienten? Was ist Ihnen in der letzten Lebensphase besonders wichtig? Sie sagten gerade, es gibt ganz viel Leben, es gibt viele Angebote. Aber was ist das wirklich das Bedürfnis der Menschen dann? Das ist sehr unterschiedlich und sehr, sehr verschieden. Und es fällt mir jetzt schwer, das auf einen Punkt runterzubrechen. Denn es gibt Patienten, die sind sehr verschlossen und sehr fokussiert auf das rein Körperliche, auf die rein somatischen Beschwerden. Und es gibt natürlich Patientinnen und Patienten, die sind ganz offen und sind froh, dass endlich jemand sich mehr Zeit nimmt, um ihm zuzuhören, um sich mit ihnen auszutauschen, um auch gerade, wenn es dann um Sterben und um Tod geht, Fragen zu beantworten. Und damit werden dann wiederum Ängste gelindert und Sorgen genommen und insgesamt letzten Endes auch das Befinden natürlich verbessert. Es ist wichtig, dass wir da individuell auf die Situation eingehen und auch so ein bisschen nochmal dahinter hören. Denn häufig verbirgt sich hinter der ablehnenden Haltung oder hinter dem Fokussieren auf das rein Körperliche, auch so ganz bewusst die Angst oder das bewusste Bestreben, nicht über Tod und Sterben zu sprechen aufgrund der Angst. Und das ist aber wichtig, dass wir zumindest unser Angebot unterbreiten, das in vielen Fällen angenommen wird, sicherlich aber auch nicht immer. Erfahren Sie hier auch letzte Wünsche? Mhm. Was sind das für Wünsche? Das können ganz einfache Wünsche sein, die häufig pflegerisch dann eher mal aufgenommen werden, nochmal ein Eis essen oder nach draußen in die frische Luft zu kommen, nachdem vielleicht Patienten gerade viele Wochen schon in Kliniken verbracht haben. Und wir haben erfreulicherweise bei uns auf der Station die Möglichkeit, da wir ebenerdig sind, auch immobile Patienten im Rollstuhl oder im Bett nach draußen auf die Terrasse zu bringen. Also so ganz einfache Dinge. Es geht aber auch und da versuchen wir wirklich alles möglich zu machen darüber hinaus. Das heißt, vielleicht nochmal nach Hause zu kommen, obwohl das Team dann meistens einhellig der Meinung ist, dass das sehr schwierig ist, dass das auch nicht lange gut gehen wird, dass der Patient vielleicht sich damit gar keinen Gefallen tut. Aber wenn dieser Wunsch doch eben sehr, sehr manifest ist und besteht und wir auch das Gefühl haben, es ist wichtig, um Abschied nehmen zu können, dann organisieren wir auch das mit entsprechenden ambulanten Diensten und Teams, um diesen Wunsch nochmal zu erfüllen und wissen auch, das ist vielleicht nur für zwei oder drei Tage. Aber es fällt dann leichter, Abschied zu nehmen. Und im Moment haben wir jetzt wieder eine Situation von einem Ehepaar, die nochmal das Bedürfnis oder den Wunsch haben, ihr Ehegelübnis zu bekräftigen. Sozusagen es wird jetzt mit unserer Unterstützung unserer Seelsorgerin nochmal das Ja-Wort. Die geben sich nochmal das Ja-Wort. Wir haben auch schon Hochzeiten in dem Sinne gefeiert, im kleinen Rahmen. Also auch dahin gehen dann Wünsche, die eben in diesen persönlichen Gesprächen dann rauskommen und die wir versuchen dann auch zu erfüllen. Die letzte Lebensphase zu bestreiten, wenn man weiß, dass man in wenigen Monaten, Wochen, vielleicht auch nur Tagen sterben wird, das ist eine schier unmenschliche Herausforderung, auf die jede und jeder anders reagiert. Es gibt jene, die offen über den Tod sprechen, sich mitteilen, rege kommunizieren. Und es gibt jene, die sich zurückziehen, sich einmauern, manchmal sogar verstummen. So wie ein älterer, unheilbar erkrankter Herr, der kaum in Wort redet, seit er sich auf der Palliativstation in St. Georg befindet. Das Pflege- und Ärzteteam kümmert sich liebevoll um den schwerkranken Patienten, versucht behutsam auf ihn einzugehen und seine Beschwerden zu lindern. Dabei meidet der Mann das Gespräch, interagiert kaum. In Situationen wie diesen hat das Stationsteam einen Trumpf im Ärmel. Besuchshund Klecks. Dem Border Collie Rüden gelingt in der Regel, woran Menschen mitunter scheitern. Fast immer kann er eine Beziehung zu hundeaffinen Erkrankten aufbauen. So auch zu dem schwerkranken älteren Herren. Schon bei der ersten Begegnung zaubert der Rüde dem Mann ein Lächeln ins Gesicht. Und mit jedem Treffen wird die Verbindung der beiden intensiver. So intensiv, dass der Patient sogar Spielzeug für Klecks bastelt. Eine Entwicklung wie diese habe man so nicht für möglich gehalten, berichtet Janett Peters. Und doch gäbe es sie. Die Palliativstation in St. Georg, so scheint es, ist manchmal genau das Gegenteil von einem Ort schwindender Lebensenergie. Manchmal wirkt sie ganz und gar belebend. Herr Dr. Faust, mit Hilfe der Palliativmedizin können schwere Symptome, darunter Schmerzen, Luftnot oder auch Übelkeit, gelindert werden. Viele Erkrankte verpassen allerdings den richtigen Zeitpunkt für den Beginn einer Palliativen Behandlung ja häufig auch aus Scheu oder Angst vor der Auseinandersetzung damit. Wie kann man solche Ängste nehmen? Was muss vielleicht auch passieren, um besser darüber aufzuklären? Ja, es ist leider noch so, dass Patienten und Patienten immer noch zu spät zu uns kommen. Das ist einmal ein Defizit auf Seiten der Betroffenen, der angehörigen Patienten, aber auch natürlich ein Defizit auf Seiten der medizinischen Versorger, sprich auch insbesondere der ärztlichen Kollegen, muss ich da sagen. Und damit wird den Patienten natürlich sehr viel genommen, also mitunter auch sehr viel Lebensqualität genommen. Denn es geht ja genau darum, Beschwerden zu lindern, Sorgen zu reduzieren, sodass dann auch wieder einfach mehr der Fokus auf den schönen Dingen noch in dieser verbleibenden Zeit sein kann. Wir arbeiten da an verschiedenen Fronten mit Aufklärung und Information. Das fängt bei uns im Haus natürlich an. Und das Schöne ist jetzt nach sechs Jahren, die wir hier die Palliativversorgung in St. Georg anbieten, dass wir durchaus merken natürlich, wie das auch fruchtet. Und das fängt in der Notaufnahme an, geht aber auch auf die peripheren Stationen, auf die Intensivstationen. Das sind alles Bereiche, in denen palliative Situationen auftreten. Und da informieren, da klären wir auf. Da ist unser Bestreben, rein fachliches Wissen weiterzugeben, aber auch Ängste zu reduzieren, auch eben bei Behandlern zu informieren, dass diese frühe Integration, wie ich es nenne, eben für die Patienten sehr vorteilhaft ist. Und es fängt auch auf den Stationen letzten Endes schon an, dass die Ängste den Angehörigen, den Patienten genommen werden. Denn wenn dort schon kommuniziert wird, es tut mir jetzt leid, ich muss sie jetzt leider auf die Palliativstation, dann ist da natürlich schon wieder in Stein gemeißelt. Die Patienten kommen bei uns an, denken so, sie müssen jetzt bei uns sterben. Und das Ganze möglichst effektiv, vielleicht in drei Tagen. Und wir haben große Probleme, die Patienten davon zu entlasten, zu beruhigen. Und ich erinnere mich an viele Situationen, das ist nicht selten, es kommt monatlich vor, dass Patienten mit dieser Annahme uns zuverlegt werden, sie müssen jetzt bei uns sterben. Und das ist dann bedarf einer sehr großen Unterstützung und Aufklärung dann auch seines der Patienten. Also da ist es wichtig, dass einfach im Vorfeld schon die Palliativversorgung, auch ganz bewusst würde ich sagen die Palliativmedizin, als ein Fachgebiet erläutert wird, was ganzheitlich behandelt, was lindert, was unterstützt, was aber natürlich Therapien durchführt. Also es ist nicht so, dass wir nichts mehr machen, sondern wir machen ja sehr, sehr viel, haben aber einen anderen Fokus, einen anderen Blickwinkel auf die Maßnahmen, die wir machen. Wie kann es denn trotzdem sein, dass so viele, auch medizinische Kolleginnen und Kollegen, so wenig darüber wissen? Es war lange Zeit im Studium kein Thema. Als ich studiert habe, gut schon ein bisschen her, aber da gab es irgendwie drei Fragen dazu von den mehreren hundert. Und das ist natürlich ein langer Prozess, bis sich das tatsächlich wandelt. Auch auf unseren Fachkongressen war es noch vor mehreren Jahren nicht verbreitet, zum Beispiel sehr spezielle Erkrankungen mit einzuschließen aus dem psychiatrischen Bereich, Depressionen, Essstörungen, aus den wie angesprochenen plastisch-chirurgischen Bereichen. Das sind keine gängigen Situationen. Da ist also noch ein großer Informationsbedarf. Wir sind da dran, das permanent natürlich zu schulen. Auch in den eigenen Kollegenkreisen, jetzt unter den Palliativmedizinern, setzt sich diese frühe Integration durch. Klassisch war das sicherlich daher, dass es früher im onkologischen Bereich so war, dass man gesagt hat, okay, eine Erkrankung ist entweder kurativ zu behandeln, also sie kann geheilt werden. Und wenn sie nicht mehr kurativ behandelt werden kann, dann ist sie eben palliativ. Also das war entweder kurativ oder palliativ. Das waren zwei Gegensätze. Das hat sich ausgeschlossen. Das war entweder oder. Und das ist überholt und schlecht. Und ich trete und wir in der gesamten Abteilung ganz klar dafür ein, dass durchaus beides parallel laufen kann. Janett, nichtsdestoweniger Patientinnen und Patienten versterben mitunter auch bei euch auf der Station. Was sollte die Öffentlichkeit deiner Ansicht nach über das Thema Sterbebegleitung wissen und was ist vielleicht auch gar nicht so bekannt? Ich glaube, dass Sterbebegleitung eben auch sehr schön und sehr gut sein kann, wenn es richtig und gut durchgeführt wird. Also ich glaube, dass diese Angst ja oftmals keine Angst vom Sterben ist, sondern eher Angst vor Schmerzen, vor Übelkeit, vor Erbrechen. Einfach das, was die Leute damit verbinden, was mit dem Tod vielleicht zusammenhängen kann. Und letztendlich braucht es eine gute Aufklärung und eine gute Begleitung. Und ich glaube, da stehen wir noch oftmals sehr am Anfang. Du hast Symptome wie starke Schmerzen, Luftnot oder Übelkeit gerade noch mal angesprochen. Wie könnt ihr bei diesen Leiden konkret helfen? Also helfen kann man natürlich erst mal medikamentös. Es gibt viele gute Medikamente, die eine gute Einstellung machen, aber viel können wir in der Pflege natürlich auch unterstützen mit Entlastung. Viel entsteht ja eben auch schon in den Gesprächen, dass sie dadurch Entlastung finden, durch Aromapflege zum Beispiel, verschiedene Öle, die wir anwenden können, dann eben gucken können, was kann ein Patient noch essen und trinken, dass wir darauf eben auch Rücksicht nehmen. Also es gibt da ein riesen Potpourri, was wir letztendlich auch fahren können, um da Entlastung und Besserung zu schaffen. Ihr begleitet ja nicht nur die Patientinnen und Patienten, sondern auch die Angehörigen. Wie könnt ihr die unterstützen? Ja, die Angehörigen, die kommen genauso wie die Patienten mit einem riesen Rucksack bei uns an und haben natürlich den vollgepackt mit Emotionen, mit Wut und mit Trauer, mit Angst, mit Sorge. Und von daher werden da auch viel Gespräche geführt. Man muss sich annähern, man muss gucken, wie man da den richtigen Weg findet. Nicht jeder kann sich gleich auch öffnen. Oft steht einem die Angst im Weg, aber wir sind immer gesprächsbereit und wir gucken immer, dass wir da eine Nische finden, um die Angehörigen aufzufangen. Nicht nur in Gesprächen, sondern eben auch die anzuleiten, auch den eigenen Angehörigen anzunehmen, weil da besteht oftmals auch irgendwie Angst, den noch zu berühren, wenn es in die Sterbephase geht oder dem was Gutes zu tun. Viele Angehörige kompensieren das übers Essen. Ein Sterbender hat gar nicht mehr viel Hunger und nicht mehr viel Durst. Und das ist oftmals, dass die Angehörigen das noch als Hilfe empfinden. Und da sind wir gefordert, als Pflegekräfte eben zu gucken, was können sie ihrem Angehörigen eben zusätzlich noch oder abgesehen davon Gutes tun, zum Beispiel mit einer Mundpflege, mit einer schönen oder eine Zeitung vorlesen oder eben auch die Hand halten oder eben wir binden sie eben auch in die Aromapflege mit ein. Herr Dr. Faust, wer tatsächlich einmal ganz real mit dem Sterbeprozess konfrontiert wird, der stellt sehr schnell fest, dass dieser dann doch häufig stark von dem abweicht, was man beispielsweise in Film und Fernsehen präsentiert bekommt. Muss man auch über den Sterbeprozess an sich besser aufklären? Ja, also der Prozess des Sterbens kann natürlich auch wieder sehr, sehr unterschiedlich sein. Und es gibt die Menschen, die wirklich sehr friedlich einschlafen, versterben, was sehr, sehr leise und geräuschlos vonstatten geht. Und es gibt genau das Gegenteil. Und das kann für Angehörige natürlich sehr, sehr belastend sein. Es wird dann häufig als Quälerei empfunden und bezeichnet. Und auch da ist es wichtig, dass eben die Angehörige nicht alleine sind. Da ist die Pflege bei uns natürlich sehr, sehr intensiv mit eingebunden und in der vordersten Front, das dann aufzufangen, zu unterstützen, aufzuklären. Und wichtig ist einfach zu wissen, dass das Sterben ein Weg ist. Also ich beschreibe das wirklich als Prozess, als Weg. Das ist mal ein bisschen holprig, da stolpert man vielleicht auch mal. Und dann kommt wieder eine ruhigere Phase. Und soweit wissen wir es auch. Es werden natürlich nochmal vielleicht entscheidende Situationen, Abläufe des Lebens durchlebt. Man erinnert sich, überwiegend sind das durchaus wohl positive Empfindungen, kann aber sicherlich auch mal eine Stressreaktion mit dabei sein. Das alles findet Ausdruck. Und für uns als Team ist es wichtig, dass wir natürlich unterscheiden, ist jetzt eine mögliche Unruhe dieser normale Weg des Sterbens, des Träumens, auch wenn wir nachts schlafen, bewegen wir uns, wir machen Geräusche, wir drehen uns oder werfen uns hin und her. Oder ist das Ausdruck von Stress, von wirklich Schmerzen? Und dann ist es natürlich sofort an uns, dass wir das auch entsprechend lindern und behandeln. Und es kommt auch, was wir merken, mit dazu, dass der Charakter desjenigen eine große Rolle spielt. Das heißt, jemand, der immer impulsiv war, der vielleicht sehr extrovertiert war, sehr aufbrausend, der wird sich jetzt auch nicht unbedingt ins Bett legen und so sagen und klanglos, ohne jegliches Geräusch, Versterben. Also da kommt bis zuletzt eigentlich der Charakter des Menschen auch durch. Entschlafen die Menschen denn friedlicher, wenn Angehörige dabei sind? Ganz unterschiedlich. Also es gibt Situationen, ja. Und es gibt Situationen, in denen kann derjenige gerade nicht loslassen, wenn Angehörige mit am Bett sind oder mit im Raum sind. Und wenn wir da den Eindruck bekommen, dass das so ist, ist auch durchaus die Empfehlung an die Angehörigen doch mal raus zu gehen, auch für sich selber kurz zu sorgen. Und meine erste Erfahrung, die ich da gemacht habe, prägte mich dahingehend sehr, dass ich merkte, die Angehörigen haben wir für fünf Minuten auf der Intensivstation damals rausgebeten und genau in diesen fünf Minuten verstarb der Patient dann. Das ist immer wieder und das ist aber auch individuell ganz verschieden. Für manche Entscheidungen hat man wenig Zeit und Spielraum. Normalerweise werden auf der Palliativstation in Hamburg St. Georg keine Kinder und Jugendlichen betreut. Doch es ist wie immer und überall. Es gibt Ausnahmen. So wie im Fall eines gerade einmal 16-jährigen Patienten, der als Notfall nach St. Georg kam, weil zu diesem Zeitpunkt Hamburg weit keine andere palliative Akutversorgung im stationären Bereich möglich war und man Dr. Markus Faust und sein Team bat, den jungen Patienten aufzunehmen. Junge, todkranke Menschen wie der 16-jährige Jugendliche sind eine besondere und auch eine mentale Herausforderung selbst für erfahrene Palliativteams. Fälle wie diese erfordern mit runter, dass sich auch die Helfenden Hilfe suchen. In der Asklepios Klinik St. Georg gibt es diesbezüglich verschiedene Angebote für die Mitarbeitenden. Oft helfe aber auch der direkte Austausch. Das Gespräch im Team, betonen Janett Peters und Dr. Markus Faust. Und trotzdem bleibt die Frage, findet man tatsächlich immer einen Weg, um mit dem Tod von Patientinnen und Patienten umzugehen? Janett, im Rahmen eurer Arbeit werdet ihr mit vielen persönlichen und teilweise auch sehr traurigen Schicksalen konfrontiert. Gelingt es dir da immer, die Distanz zu wahren? Also ich denke schon, dass professionelle Distanz wichtig ist, aber zu viel Distanz ist eben auch nicht gut. Ich sage mal so, also ich bin immer ganz froh, wenn mich Sachen noch berühren, dann weiß ich, ich bin noch Mensch, dann weiß ich, ich funktioniere noch ganz gut. Und ich finde, das darf auch durchaus passieren. Auf uns laufen manchmal noch die Tränen, weil wir berührt sind. Und das, glaube ich, empfinden die Angehörigen nicht als Belastung, sondern sie sehen, dass wir eben auch Menschen sind hinterm Kittel. Und für mich ist es so, wenn ich den Kittel ausziehe auf Station oder die Station verlasse, dann kann ich auch ganz gut abschalten und nach Hause gehen. Sicherlich gibt es immer noch manche Dinge, die man mitnimmt, aber das gehört eben auch dazu. Und das darf halt keine Überhand nehmen. Ich würde gerade sagen, wie schaltest du denn ab? Also wie gelingt das wirklich dann ausziehen, Zivilkleidung, aber dann ist der Kopf ja manchmal doch noch vielleicht beim Dienst, oder? Also mir gelingt das ganz gut, weil ich immer so ein kleines Ritual habe. Ich stecke meine Kopfhörer ins Ohr, höre Musik oder einen Podcast, dann kann ich schon erst mal ein bisschen runterfahren. Und dann habe ich ja meine Tochter, die ich dann abhole von der Schule und die mich dann so gefangen nimmt und mit ihrer Herzlichkeit so umgibt. Sie freut sich dann immer so. Und dann ist auch alles das, was man im Stationsalltag hat, eigentlich auch vergessen. Dann fängt die Mutterrolle an, dann ist die Familie da und ja. Braucht man als Palliativpflegekraft eigentlich auch bestimmte Eigenschaften, um in diesem doch sehr besonderen Setting langfristig arbeiten zu können? Also das, was man auf jeden Fall mitbringen sollte, wäre natürlich eine hohe Empathie für die Patienten, für die Angehörigen, weil eben auch die Angehörigen bei uns eine sehr große und zentrale Rolle spielen, aushalten können, zuhören können, da sein können und eben auch individuell pflegen können und sich der Situation immer anpassen können. Aber letztendlich ist es ein Herzensjob und ich glaube, da entscheidet man viel auch aus dem Bauch heraus, wie man in manchen Situationen einfach handelt. Wie wichtig ist in diesem Bereich auch der Teamgeist auf der Station? Ich kann mir vorstellen, dass das eine zentrale Rolle spielt. Was macht euer Team so besonders? Ich glaube, wir sind ein sehr gemischtes Team, jung und alt. Da bringt jeder das mit und ich glaube, das, was unsere Station trägt, ist unser Humor. Also das ist gleich das Erste, was auch den Patienten und den Angehörigen auffällt, dass wir bei uns eben viel lachen, dass wir keine Station sind, wo man eigentlich erwartet, dass so eine gedrückte Stimmung herrscht, sondern auch mit Patienten wird viel gelacht untereinander und wir haben halt einen super guten Zusammenhalt miteinander. Wir haben ein multiprofessionelles Team, wo auch jeder irgendwie mit jedem gut kann, gut auskommen kann und das macht es so wahnsinnig toll auch. Humor erwartet man im Hinblick auf eine Palliativstation in der Tat eher weniger. Ist es auch eine Form der Kompensation? Das mag sein, ja. Wobei vielen Patienten, mit denen ich Kontakt habe und die bringen halt schon selber manchmal einen sehr tiefen, schwarzen Humor mit, wo man manchmal vielleicht kurz stockt und überlegt, darf ich da jetzt überhaupt mitlachen? Aber also ich bin halt immer so, dass ich gerne lache und dann auch zu den Patienten immer sage, Mensch, sie haben sich aber den Humor gut behalten bis zum Schluss. Und dann sagen auch viele Patienten, das ist das Allerwichtigste. Das trägt mich und das schützt mich und das gibt mir auch Raum, nicht nur an meine Erkrankung zu denken. Okay. Wusstest du eigentlich von Anfang an, dass du mal in diesem besonderen Pflegebereich arbeiten möchtest? Also am Anfang überhaupt nicht. Am Anfang als junge, examinierte Krankenschwester bin ich eher immer davon gerannt und habe den älteren Kollegen das Feld überlassen, weil ich immer dachte, die haben mehr Erfahrung. Und dann habe ich irgendwann überlegt, nee, also so kann es ja nicht weitergehen. Also gehe ich flott voran und gehe, wenn, dann richtig rein und beschäftige mich richtig damit. Und das war auch der Zündschlüssel sozusagen, der ins Schloss gepasst hat, sodass sich für mich auch eine Welt aufgetan hat, wo ich gemerkt habe, dass es wirklich ein schönes Arbeiten ist und mir sehr viel Spaß und Freude bereitet. Hat sich dein Verhältnis zum Tod durch deine Arbeit verändert? Also ich würde schon sagen, ja. Also ich würde schon, also ich würde nicht sagen, dass ich keine Angst hätte, so. Aber mein Verständnis dafür hat sich, hat sich geändert, dass ich keine Angst vorm Sterben haben muss. Und auch in der Familie, glaube ich, schon viele Dinge erlebt habe, die ich jetzt anders erleben würde mit dem Wissen, was ich jetzt habe. Und Herr Dr. Faust, wie ist es bei Ihnen? Hat sich Ihr Blick auf den Tod durch Ihre Arbeit verändert? Vielleicht ein bisschen. Was ich gelernt habe, ist, dass die Entscheidung, die ich für mich womöglich jetzt getroffen habe oder auch die Einstellung, die ich jetzt habe. Ich habe keine Angst vorm Tod, vorm Sterben. Ich habe noch viel zu tun und ich möchte noch viel erleben, privat wie beruflich, ganz klar. Und sehe vielleicht jetzt ohne Angst und Sorge einem Tod entgegen. Aber ich habe gelernt, dass sich das auch in der Phase, wenn es dann soweit ist, tatsächlich nochmal verändern kann. Und das sehen wir eben bei einigen Patienten, dass dann plötzlich doch nochmal große Ängste auftreten, dass der oder diejenige eben nicht gehen möchte und da ein Festhalten am Leben dann stattfindet, obwohl derjenige immer gesagt hat, wenn es soweit ist, dann gehe ich. Also da kann sich auch nochmal was verändern. Und das war mir früher nicht so bewusst. Interessant, ja. Ja, es gäbe noch so viel zu erzählen und zu berichten. Doch an dieser Stelle sage ich jetzt erstmal ganz herzlichen Dank für diese persönlichen Einblicke und Schilderungen und die vielen Informationen. Es hat mich sehr gefreut, mehr über dieses wichtige Thema Palliativmedizin und Pflege zu erfahren. Und ich gehe mal davon aus, dass es auch unseren Hörerinnen und Hörern so geht. Ich wünsche Ihnen beiden alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank für die Möglichkeit unsererseits.